willkommen zu einer neuen kleinen sessione minecraft dungeon ich würde sagen wir legen gleich noch mal los mit diesem kurzen level am hafen auf dem höchsten schwierig jetzt gerade weil dann müsste das schmied erst mal wieder einmal durch sein und b haben wir da noch mal die chance das wollte ich nicht haben wir dann noch mal die chance ein starkes lama zu gattern ach du scheiße hier schon diese flagge können wir auch nicht einsacken haben die sonst scheiß anziehungs zauber oder schwerkraft impuls tatsache hier 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 Das war's. Das war's. Das war's. Sieben Verzauberungspunkte, können wir hier noch was machen? Jo, ähm... Aber ist interessant, hier sind es tatsächlich nur 12, hier 15. Hm. 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 Ja. Ja. Die, das Vieh kann da drin rennen, aber ich nicht hört. Das war's. Was war das denn eben für'n Sound? Ich kann mich nicht erinnern, das schon mal hier gehört zu haben. Das war's. 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 Ohoho. Knappi-knapp. Oh. Oh. Das läuft ja gerade. Das läuft ja gerade. Das läuft ja gerade. Und tschüss. So, in der Höhle selbst würde ich mir gerne wieder beide Kisten holen wollen. No. So knapp. Nein. Okay. 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 어요. Okay. 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 Okay, jetzt ist es zwar offen, aber die Gegner sind ja trotzdem da. Interessant, dass das über den Timer läuft. So. 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 Und dann jetzt noch unser Pfeil und Bogen. Sofort am Schuss einen neuen Pfeil. ist nicht verkehrt vor sagt mehr schaden gegen untote sonne verkehrt besiegte kreaturen explodieren okay dann würde ich sagen machen wir in der nächsten folge weiter spitze bedanke mich bis denn